Im Grundstudium sind zwei Formulaturen in Kliniken vorgesehen. Formulaturen sind vierwöchige Praktika in verschiedenen Kliniken, zum Beispiel in der Chirurgie. Hier werden Sie schon im OP eingesetzt und können erste Erfahrungen sammeln oder Sie können in die Stationsarbeit reinschauen. Grundsätzlich ist Medizin ein praktisches Fach, das man am Patienten lernt. Deswegen unterstützen wir alle Studierenden, die sich dafür entscheiden, noch mehr als die zwei Formulaturen in Kliniken zu absolvieren. Am Ende des Studiums ist für die AbiturientInnen ein Praxisblock von zwei Semestern vorgesehen. Diesen können die Studierenden mit Gesundheitsfachberuf auf nur ein Semester verkürzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Video So